Ey Leute, was geht und herzlich willkommen hier bei Walautan bzw. bei dem ursprünglichen MyLife-Kanal. Ich habe den Kanalnamen mittlerweile geändert und hoffe, dass YouTube das Ganze jetzt mal so geregelt bekommt, dass man den Kanal auch endlich mal in der Suchleiste findet. Und ja, heute gibt es das Gewinnspiel für die 15€ Google Play-Karte. Ich weiß, ich habe am Anfang gesagt, dass die erst bei 200 Abonnenten verlost wird. Aber ich habe jetzt einfach mal gedacht, ja komm, haust du die jetzt schon raus. Wir sind ja kurz vor den 200. Der aktuelle Stand ist 186 Abos, wo ich auch echt richtig dankbar an euch alle bin. Und ja, bevor ich euch sage, was ihr machen könnt oder was ihr machen müsst, um die Karte zu gewinnen, erstmal noch eine kleine Info. Bei 400 Abonnenten wird es das nächste Gewinnspiel geben. Das kann dann mal eine iTunes-Karte sein oder eine PSN-Karte, das wird sich dann zeigen. Und ja, also was müsst ihr machen, um diese nette Karte zu gewinnen? Ihr müsst erstmal das Video hier liken, dann in die Kommentare schreiben, ich mache mit oder Hashtag ich mache mit. Und natürlich müsst ihr ein Abonnent von dem Kanal hier sein. Wenn ihr das auch nicht seid, dann drückt mal schnell auf den Abo-Button, der irgendwo da unten ist. Das kostet euch ja nichts. Und ja, dann wird es immer so weitergehen, dass bei 600 Abonnenten dann wieder was kommt, bei 800 Abonnenten dann wahrscheinlich wieder was. Und so werdet ihr von mir belohnt, als kleines Dankeschön dafür, dass ihr mich supportet. Und dazu kommt noch, dass ihr mal noch bei einem Kanal bitte vorbeischauen werdet, den ich euch ganz oben in die Beschreibung verlinken werde. Das ist nämlich ein Kollege von mir, der liebe Dashermods. Und ja, wie der Name schon sagt, er moddert auf der PS3. Und wenn ihr da noch einen anderen Ollo so braucht, könnt ihr ihm mal gern Bescheid sagen. Des Weiteren geht es eigentlich darum, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wir kennen uns auch privat und so. Und bei seinem Gewinnspiel hat er mich halt auch ein bisschen supportet. Und jetzt möchte ich das Ganze gerne wieder ein bisschen zurückgeben als Dankeschön. Deswegen schaut einfach mal bei ihm vorbei. Und ja, schreibt mir einfach bei seinem neuesten Video in die Kommentare, Hashtag Tarnarmee. Das Ganze werde ich dann irgendwo hier im Video nachher noch einblenden. Und ja, dann weiß er, woher ihr kommt. Und wäre geil, wenn ihr da noch ein Abo dalassen würdet, dass er auch noch etwas größer wird. Und ja, das war es eigentlich auch schon für heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß und viel Glück bei dem Gewinnspiel natürlich. Und mich würde es natürlich ultra freuen, wenn ihr eventuell das ganze Video, also wenn ihr das ganze Video noch ein bisschen verbreiten würdet, euren Freunden zeigen würdet, dass da noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit entsteht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.